So, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Runeterra-Video von mir und heute sprechen wir mal über Expeditionen und zwar sprechen wir heute über meine persönlichen Erfahrungen mit Expeditions-Champions und wie ich diese einsortiere, in welche Kategorien, welche Helden ich gut finde, welche Helden ich weniger gut finde und ich werde zu jedem Helden eine kleine Begründung geben, warum ich den entweder gut oder schlecht finde und dabei gehe ich nicht auf die Keywords ein, also bedeutet hier sowas wie Demacian Steel oder so, die werde ich jetzt hier außen vor lassen. Ich werde einfach nur über die Champions reden, welche Champions ich gut und brauchbar finde, warum das so ist und ich wünsche euch viel Spaß im Video. So, hier haben wir alle Champions aufgelistet. S-Tier ist natürlich das Beste und D-Tier ist hier das Schlechteste und wir werden die Helden jetzt einfach einfach mal von oben nach unten durchgehen oder von links nach rechts und dann von oben nach unten, wie auch immer. Und wir nehmen uns die einzelnen Helden vor und ich packe die dann einfach in die verschiedenen Kategorien und am Ende habt ihr dann eine Übersicht, welche Helden ich persönlich, das ist nicht in Stein gemeißelt so, der eine oder andere mag andere Erfahrungen mit dem Helden gemacht haben, ich persönlich werde hier meine Ansicht der Top-Tier-Helden oder auch schlechtesten Helden für die Expedition wohlgemerkt darstellen. Und dabei geht es nicht um Constructed, ich werde vielleicht mal den einen oder anderen Constructed-Kommentar abgeben, aber generell geht es hier um Expedition. Fangen wir also an mit Anivia ist der erste Held. Anivia ist für mich auf jeden Fall ein A-Tier-Held, ist nicht super gut, ist aber ziemlich stark, denn Anivia kann halt in Expedition schwer removed werden, wenn sie in ihre I-Form geht. Da braucht man Removal für und Removal ist in Expedition, also im Limited Format selten, also Anivia ist hier auf jeden Fall ein A-Tier. Mit 3 HP würde ich die Ashe hier gerade auf ein B-Tier setzen, sie hat das Keyword festgefroren, was halt ziemlich stark sein kann. Sie ist auch nicht schlecht, sie ist auf jeden Fall kein D oder C, ist aber auch nur ein B-Tier, denn es gibt halt einige Removal-Karten, die sie bei 3 HP schnell removen können. Und ihr Effekt ist zwar sehr gut, man braucht aber auch die richtigen Combo-Karten dafür, deswegen hier bei Ashe ein B-Tier. Den Braum würde ich mal auf ein A-Tier setzen, ich denke der ist bei A gut aufgehoben, 0-5 und das Wichtige ist er hat halt Erholung und Erholung ist verdammt stark im Limited Format auch. Kann man schwer removen und er kann halt vieles machen mit seiner Fähigkeit, er kann halt vor allem auch Poros erzeugen und Karten-Erzeugung ist bei den Helden auch eine wichtige Eigenschaft, denn Karten-Erzeugung ist halt Karten-Vorteil und dieser kann euch im Limited Format halt sehr, sehr weiterhelfen. Bei Darius haben wir einen 6-5er, der zu einem 10-Attacker werden kann, auch der ist eigentlich würde ich sagen A-Tier, mit ihm kann man jede Menge Schaden austeilen und auch gegen ihn ist es schwer was zu machen. Darius würde ich sagen ist ein A-Tier, kann man auf jeden Fall gut gebrauchen und ist sehr, sehr aggressiv. Draven mag ich leider nicht so, Draven finde ich persönlich etwas zu schwach, ich meine Draven im Constructed ist gut in einem Jinx-Deck, aber das war es auch. Wenig Kombo-Möglichkeiten, 3-3 für 3 ist okay mit Direktangriff, nicht unbedingt ein D-Tier, aber ich denke er sollte auf C, weil meistens ist er eher nicht so der gebräuchigste Held, daher C-Tier. Elise ist generell sehr brauchbar, 2-3 hat sie für 2 Mana, kann man gut mitarbeiten. Problem an ihr ist, sie hat halt nur einen gewissen Impact aufs Spiel, sie ist eigentlich, würde ich fast sagen, könnte sie ein A-Tier sein, weil sie halt eine Spinne erzeugen kann. Die ist allerdings relativ schwach und man braucht halt die richtigen Kombo-Karten für sie, dann ist sie gut, deswegen bei der Elise wird daraus ein B-Tier bei mir. Ezreal braucht man sehr viele Kombo-Karten für, Ezreal im Constructed kann gut funktionieren, aber da braucht man noch mehr Kombo-Karten für, damit der wirklich gut läuft und Ezreal ist für mich persönlich ein D-Tier. Ich würde ihn seltenst picken, denn er kommt mit manchmal guten Keywords, wie zum Beispiel Pforte des Todes, meistens aber eher schwer zu kombon und vielleicht mit der Ashe ganz okay, aber generell eher weniger, da er zu abhängig vom Deck ist. Fiora bietet eine alternative Win-Con und Fiora kann man gut gebrauchen. Fiora ist eine 3-3-4-3 mit Challenger, kann also auch als Removal dienen und wenn man das richtige Deck für sie hat, ist sie relativ gut. Aber auch da wieder, man braucht das richtige Deck, man braucht die richtigen Kombo-Karten. Selber als Karte gar nicht so schlecht und sie ist irgendwo zwischen einem A-Tier und einem B-Tier. Ich würde sie hier erstmal auf B setzen, ich würde sie eher selten picken. Es kann sein, dass sich die Kartenreihenfolge nachher noch verändert, wenn ich alle Helden gesehen habe, aber ich gebe ihr erstmal ein B-Tier. Der gute Garen, 5-5 mit Erholung für 5 Mana. Garen ist sehr, sehr stark und kommt meistens mit dem Keyword Erbarmungslos oder Demastien-Steel. Und jetzt reden wir doch etwas mehr über Keywords. Garen ist für mich ein S-Tier, Garen würde ich in den meisten Fällen gerade mit Demastien-Steel oder Erbarmungslos sofort nehmen. Der ist schwer zu removen, 5-5 ist halt super strong und wenn er in Level 2 geht, kann er halt einfach dafür sorgen, dass ihr jede Runde angreifen könnt, deswegen Garen auf jeden Fall S-Tier. Hecarim, ganz klar einer der oder der stärkste Champion, den es momentan in Legends of Runeterra gibt. Ganz klar S-Tier, der wäre sogar noch weiter oben als Garen, also der wäre halt nochmal auf S+, würde ich sagen, wenn es das hier geben würde. Könnte ich einstellen, aber ist egal. Hecarim, auf jeden Fall S-Tier, der greift an, holt sich 2-3-2er dazu und macht halt 10 Schaden. Hecarim ist super strong und sollte man in Expeditionen nehmen, mit 4-6 schwer zu removen. Superstarke Karte, definitiv hier worth it. Heimerdinger mit 1-3, relativ schwach aufgestellt, aber in der Expedition gibt er sehr viel Kartenvorteil, wenn man da ein paar Karten zu hat. Man braucht nicht allzu viele Karten, keine speziellen Karten, generell sehr brauchbar. Für mich ist Heimerdinger ein A-Tier, mit dem kann man einfach Games so leicht gewinnen, weil er im Limited einfach noch schwerer zu removen ist und einfach noch brauchbarer ist. Gute Karte, beziehungsweise guter Held, sollte man hier auf jeden Fall auf A-Tier setzen, finde ich gut. Jinx auch hier wieder, die gesetzt sich zu ihrem Partner Draven auf das C-Tier. Mit 4-3 für 4, natürlich nicht allzu schlecht, aber auch da, man braucht die beiden in Kombination, dann wären sie auch in einem höheren Tier. Aber selber, so als solche, finde ich die beiden eher schwach und würde ich seltenst picken, deswegen hier auf jeden Fall C-Tier. Der schwächste Held in Legends of Runeterra, Kalista, kommt hier ganz klar aufs D-Tier. Mit ihr kann man einfach nicht viel anfangen und meistens ist das in Expeditionen nicht anders, deswegen sie ist auf jeden Fall raus. Karma kann Value geben, Karma selber aber auch mit 3 HP relativ schwach aufgestellt. Würde ich noch über Jinx und Draven auf jeden Fall setzen und kommt hier aufs B-Tier, aber für ein A-Tier reicht es bei ihr nicht. Sie kann auf jeden Fall Card-Vorteil geben, man muss aber auch damit ins Late-Game kommen. Das ist in Expeditionen wahrscheinlicher, aber auch nicht immer garantiert, deswegen Karma hier auf jeden Fall auf ein B-Tier. Katerina kann sich eigentlich auch zu Draven und zur Jinx-Gesellen. Mit 3-2 für 3 auch nicht allzu gut aufgestellt und wenn sie ins Level-Up geht, kriegt sie halt den Transform auch wieder direkt Angriff, aber auch eher für mich weniger nützlich. Ich meine, Aggro-Decks sind in Expeditionen nicht schlecht, aber ich mag sie hier nicht so wirklich. Ich mag sie auch im Constructed nicht wirklich. Man verliert einfach unglaublich viel Tempo durch sie, deswegen einfach nur hier ins C-Tier. Der gute Lucian kann halt mit dem richtigen Deck, hat mich auch schon mal zu sieben Siegen geführt, gut sein. Man kann sehr viele Stunners dazu picken. In der Regel würde ich sagen, kann man den hier auf ein B-Tier setzen, hat 3-2 für 2, was okay ist, was sehr gut ist für den Wert und hat direkt Angriff. Man kann meistens ganz gute Decks mit ihm bauen, vor allem gibt es auch da wieder das Keyword Erbarmungslos, was eins der stärksten aus meiner Sicht ist. Und ich würde ihn hier auf ein B-Tier setzen, für ein A-Tier reicht es nicht ganz, dafür hat er zu wenig Impact, aber definitiv ein solides B-Tier. Die gute Lux hat einen Buff gekriegt, ist jetzt hier bei 4-5 Stats für 6, aber auch sie wieder eher so die Karma-Region braucht ein bisschen lange, um den ganzen Stuff online zu kriegen. Ich denke, sie steht hier zwischen einem A- und einem B-Tier. Ich würde sie jetzt einfach mal in Richtung B einsortieren. Auch eine Karte, die ich eher weniger häufig nehmen würde. Sie kann das Keyword zauberhaft haben, womit man halt viele teure Spells kriegt, die auch gut sein können. Ich denke nur, dass generell man eher weniger Expeditionen mit ihr gewinnen würde, als mit den anderen Helden. Deswegen packen wir sie mal auf ein B-Tier. Vladimir eher unbrauchbar in Expeditionen. Man müsste halt das Kriegsnahmendeck gut ausbauen können, vielleicht noch mit einem Braum dazu. Vladimir da eher schwierig, würde ich auch hier auf ein C-Tier setzen. Für D-Tier ist es so schlimm, ist es auch nicht mit 5-5 für 5. Dennoch der Effekt wenig nutzbar hier und deswegen erstmal auf ein C-Tier in Expeditionen. Mit Shen habe ich unter anderem die schlechtesten Erfahrungen gemacht. Er kann gut mit Fiora funktionieren, aber das muss nicht unbedingt der Fall sein. 2-5 für 4 Mana ist einfach zu schwach. Die Barrieren bringen nicht ganz so viel. Würde ich hier auch aufs D-Tier setzen. Shen würde ich da eher weniger picken. Der gute Timo kann gut sein, wenn man auch hier wieder das richtige Deck erhält. Mit dem Keyword verflickst und zugepilzt kann er wirklich sehr stark sein und man kann damit gut gewinnen. Ich würde aber auch ihn erstmal auf ein C-Tier setzen. Es ist sehr lustig mit ihm, coole Expeditionen zu spielen. Definitiv, wenn es um Fun gehen würde, wäre er hier oben. Aber es geht hier um die Klasse und da ist halt einfach mit 1-1 für 1. Mit dem Effekt ist er da etwas zu schwierig und deswegen hier erstmal aufs C-Tier. Mit Thresh habe ich auch eher schlechtere Erfahrungen gemacht. Der Challenger ist natürlich sehr, sehr cool, aber auch er ist nicht ganz so stark. Ich würde sagen, dass er zu stark ist fürs C-Tier, aber er ist hier irgendwo zwischen C und B. Ich packe ihn mal auf dem B-Tier. Dennoch nicht ganz schlecht. Vor allem kommt er auch meistens mit guten Keywords, die halt viel Removal beinhalten. Also, ja, ein solides B-Tier. Kommt vor allem meistens mit relativ guten Keywords, mit viel Removal. Ich denke, wie gesagt, zwischen C und B, aber eher Richtung B. Trönameer, ganz klar für mich auch ein S-Tier Champion. Kommt zwar erst auf 8 Mana, ist aber verdammt schwer, mit ihm fertig zu werden in Expedition mit 8-4 und dann, wenn er stirbt, kommt er nochmal als 9-9er. Hat Überwältigen. Ganz klares S-Tier hier, der Trönder. Kann man hier auf jeden Fall gut mitspielen und sollte man nehmen. Kommt nicht mit den besten Keywords unbedingt. Dennoch hier definitiv keine schlechte Wahl für Expedition. Yasuo auch leider viel zu deckabhängig. Das gleiche wie S. Sie könnten gut sein mit den richtigen Kombo-Karten, aber meistens sind leider die Kombo-Karten in Expedition kaum zu erhalten. Deswegen ganz klares D-Tier für den Yasuo. Auch in Constructed eher einer der schlechteren Helden. Und der gute Set geht hier ganz klar auf ein gutes A-Tier. 3-2 für 3 mit Direktangriff. Ziemlich stark, ziemlich schnell, ziemlich böse. Kommt meistens mit dem Keyword Disziplin, was halt viel mit Elusives arbeitet und da kann man den Set natürlich dann auch gut gebrauchen und quasi ein Ionia-Agro-Deck mitbauen. Ganz klares A-Tier hier für den Set ist ziemlich brauchbar. Und ja, das war eine Liste. Hier von den Ratings von oben gut nach unten schlecht. Und ich habe jetzt mal zu jedem Helden für die Expedition was gesagt. Constructed ist nochmal eine andere Schiene. Aber hier haben wir auf jeden Fall mal meine Übersicht mit den Helden für Expeditionen, welche man gut nehmen kann, welche man schlecht nehmen kann. Ich habe ein paar Argumente gebracht, warum oder warum nicht. Und ich denke, das wird euch vielleicht für die zukünftigen Expeditionen ein wenig weiterhelfen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Sachen mitnehmen können. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen erklären, warum ich was wie finde. Wie gesagt, die Sachen sind nicht in Stein gemeistert. Das ist meine persönliche Meinung, meine Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Und warum ich denke, dass diese Helden dahin gehören, wo ich sie eingeordnet habe. Und ich danke euch fürs Reinschauen in diesem Video. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag, Abend oder wann auch immer ihr dieses Video guckt. Und man sieht sich gleich auf Twitch oder einfach im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.